Fänger weg von meiner Familie, hast du mitverstanden? Was willst du von meiner Familie? Basierend auf einer wahren Geschichte. Wenn das Leben ungerecht scheint und dir keine Chancen bietet. Wer bist du, dass du meinen Gott verachtest? Er ist der König, der Könige, der Gott der Götter. Keine Widerrede, komm schon! Nein, lass uns los! Nein! Wenn dich nichts auf das Leben vorzubereiten scheint. Leon, der Blanche. Meine Schwester schwärmt von dir. Hey, ich hab gesagt, du bist so dreckig. Ich hab Angst. Keine Ahnung, bin ich ein guter Ehemann oder ein guter Vater? Elmery verdient den Besten. Weißt du, manchmal frag ich mich, ob er ewig so unreif bleibt. Ich werde dich verlassen. Einfach so. Du bist nicht der Mann, den ich vor Jahren geheiratet habe, Leon. Nein, Elmery, ich bin genau derselbe. Aber du, du hast dich verändert. Weil ihr es schwer hattet in der Vergangenheit, gefällt es euch, in Selbstmitleid zu versinken. Komm schon, Schwächling, schneller! Und das genügt euch als Rechtfertigung für euer schlechtes Benehmen. Was hast du ihm von mir erzählt? Wie bitte? Aber die Wahrheit ist, euer Benehmen verursacht Schmerzen, bei denen, die euch nahestehen. Aber als Leon der größten Herausforderung seines Lebens gegenübersteht, muss er sich entscheiden, ob er als Verlierer geboren wurde oder als Gewitter. Lasst sie mich durch! Ich bin ihr Vater! Es ist nicht wer für den Letzten. Nein, der ist bei dir. Ich habe den Glauben verloren, Henry. Das kann nicht sein, Sohn. Sie haben mir gesagt, dass Jesus die Antwort gibt. Was für ein Gott willst du sein?! Born to win! Jetzt auf DVD! B.